Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Juli ist vorüber und der Herbst ist da. Nein, eigentlich ist ja noch Sommer. Aber so gefühlt mit dem Beginn des Augustes hatte ich eher irgendwie Oktobergefühle. Bei uns ist es jetzt die Tage, ja im Grunde schon seit Freitag, Samstag stürmisch gewesen, verregnet. Das ist echt irre, was dieser Sommer zu bieten hat. Es gibt doch so ein schönes Bildchen, so à la der Oscar geht an den Juli, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich an den Start des Augustes, der sich benommen hat wie der Oktober. Ja, aber ich möchte gar nicht über das Wetter jammern. Letzte Woche war das Wetter nämlich noch richtig schön. Es gab auch ein paar sonnige Momente, die ich dann auch sehr, sehr genossen habe und nach wie vor auch immer wieder was im Garten zu tun habe, was auch sehr entspannt. Und ich kann schon so viel sagen, mir ist diese Woche ein Reread dazwischen gekommen, was absolute Sogwirkung hatte, was mich zu etwas schlafloseren Nächten gebracht hat, weil ich es einfach nicht abbrechen konnte. Insgesamt habe ich drei Bücher gelesen, beziehungsweise zwei gelesen, eins gehört und das Gehörte hatte 30 Stunden Hörzeit, also 1000 Seiten, echt irre. Was ich natürlich, dadurch, dass ich es einfach schneller höre, nicht diese komplette Zeit gebraucht habe, aber ja, es hat mir schon ein bisschen Schlaf geraubt und ich habe wirklich in jeder freien Minute gehört und es sehr, sehr, sehr genossen. Aber ja, dazu dann als letztes, ja, ich habe zwei, also drei Bücher gelesen. Ich habe einen neuen Funko, den ich euch zeigen möchte, das werde ich am Ende machen. Ich packe die Bücher und die Timestamps, die Zeitstempel, unten in die Infobox. Schaut da super gerne vorbei. Ich verlinke da jetzt auch immer oder schreibe mal rein, wann das sonstige Geplauder startet, wo es dann eben heute zum Beispiel um den Funko gehen wird. Und ja, ich denke, wir beginnen einfach mal mit den drei Büchern. Und zwar, das erste Buch ist ein Sachbuch, Gerechtigkeit von Michael J. Sandel. Das habe ich, glaube ich, schon am Sonntag sogar schon angefangen und dann über die Woche verteilt gelesen. Dann habe ich als E-Book gelesen, Der Wahl und das Ende der Welt von John Iron Monger. Das ist ja ein Kingsianer-Pick-My-Supp. Und das großartige Hörbuch der Woche. Ja, ist der Anschlag von Stephen King. Ja, und ich strahle innerlich und auch äußerlich immer noch, weil mir dieses Buch so, so, so unfassbar gut gefallen hat. Wir beginnen aber, alle Infos, wie immer unten in der Infobox, mit dem ersten Buch. Und zwar Gerechtigkeit von Michael J. Sandel. Wurde mir, glaube ich, im letzten Jahr von der lieben Sibi empfohlen, als wir The Passengers von John Maas gelesen haben, wo ja auch so die Frage so ein bisschen im Buch ist oder an die Gesellschaft, wie gerecht beurteilt man, wie schnell fällt man einem Urteil, was ist wirklich gerecht, wie dann eben vielleicht auch ausgewählt wird zwischen diesen Autofahrern, die in diesen immunen, nein, nicht immun, in diesen autonomen Autositzen, wer wird da bestraft, auf welche Grundlage, was muss man eigentlich wissen und so weiter. Und Sibi hat von diesem Buch gesprochen. Und das Buch ist ursprünglich aus 2013. Und ja, mir war da einfach so danach. Ich dachte gerade auch nach der letzten Woche, ja, so ein bisschen mal was, also da wusste ich noch nicht, dass ich mit dem Re-Reach starte, so ein bisschen was Ernsteres und tatsächlich auch, wo man sich selbst ein bisschen was befragen kann. Darauf habe ich Lust. Ich habe das Buch sozusagen immer als erstes in der Woche dann auch zur Hand genommen, habe mir das dann auch so ein bisschen eingeteilt in so fünf Leseabschnitte. Und immer wenn ich das gelesen hatte und auch den Abschnitt im E-Book, dann wurde in der Lesezeit gehört. Also ich komme später dazu. Ja, es ist ein sehr provokantes, Buch, was uns so auch ein bisschen sehr lebendig und spannend in das Thema Moralphilosophie einführt. Und das hat dieses Buch wirklich großartig gemacht. Es ist auch ein Plädoyer, so hieß es so schön, für einen aktiven Bürgersinn. Und das kann ich tatsächlich einfach nur so unterschreiben. Es gibt verschiedenste Beispiele, an denen der Autor herangeht und eben über Gerechtigkeit spricht. Wie man etwas beurteilt, wie man Dinge sieht, wie man Gegebenheiten wahrnimmt. Also sei es zum Beispiel eine Wehrpflicht, er betrachtet das aus Augen der USA, denkt da besonders an die Bürgerkriege und Ähnlichem. Welchen Sinn steckt dahinter für die Gemeinschaft, für den Einzelnen? Stellt man die Gemeinschaft über das Einzelwohl? Das fand ich super, super spannend. Da sind wirklich tolle Beispiele mit drin. Es geht um moralische Tauglichkeiten und auch Normen, die es scheinbar gibt in unserem Leben, in unseren Gedanken, wie eben Schuld dann auch gesprochen wird und wie Gerechtigkeit in unserer Zeit funktioniert, beziehungsweise wie man sie eben auch anders betrachten kann. Ich fand es sprachlich sehr gelungen. Ich fand, es war leicht zu verstehen. Es waren Beispiele sehr nah an der Realität. Es waren Themen, die man mitnehmen konnte, die man selbst kennt, die man selbst betrachten kann. Natürlich spielt es hier sehr viel in den USA. Da findet man sich aber relativ gut ein. Das finde ich, hat der Autor wirklich sehr gut gemacht. Zudem erzählt er auch sehr spannend die Unterschiede und wie man es betrachten kann. Also es gibt mehr als zwei Seiten und das baut er, fand ich, wirklich großartig heraus. Also er kann uns mitnehmen an einem Beispiel und dann gibt es eben nicht nur schwarz und weiß, sondern auch die grauen Nuancen dazwischen und das finde ich verpackt er sehr spannend und indem er das auch wirklich in so einer sehr lockeren Art erzählt, als würde er mit einem darüber sprechen, nimmt man das auch wirklich gut auf und es regt sehr, sehr, sehr zum Denken an. Was ich super spannend auch fand, ist, dass man eben merkt, dass das eben das Besondere an unserem Leben ist, an Menschen ist, an der Gemeinsamkeit, an der Gemeinschaft ist, dass es eben mehr als eine Seite gibt und dass auch man selbst durchaus mehrere Seiten in sich hat und je nachdem, wo man eine Weiche stellt, dann im Grunde auch auf einen anderen Kontext, auf eine andere Meinung kommt und dass eben vieles von einem selbst betrachtet werden muss und dass man immer daran arbeiten muss, sich selbst ein Bild zu machen, sich selbst eine Meinung zu bilden, dahinter zu stehen, auch diese Gedanken dann zu vertreten, denn aus Gedanken werden eben Handlungen und ich fand, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Manchmal hat er sich ein bisschen verlaufen, fand ich. Das war so mein Problem bei zwei, drei Themen, wo ich so dachte, ja, 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 da hätte vielleicht tatsächlich nach der dritten Grauenuance auch irgendwie mal aufgehört werden können. Also das war so ein bisschen, wo ich dann dachte, jetzt übertreibst du es. Also, wobei er das ja bestimmt sehr positiv gemeint hat und uns wirklich aufzeigen wollte, dass es ganz viele Sichten gibt, aber das war an mancher Stelle dann tatsächlich einfach zu viel. Es gibt von ihm auch ein Buch, was man für Geld nicht kaufen kann. Das klingt vom Klappentext auch super, super spannend und wenn man hier von den Themen hat, hier geht es zum Beispiel auch um Aristoteles, um positive Diskriminierung, war ein toller Teil. Es geht um Immanuel Kant, es geht um den Libertarianismus und Märkte und Moral und auch Gerechtigkeit und Gemeindewohl. Also da ist unfassbar viel drin. Besonders spannend war, das habe ich mir hier drin auch markiert, war für mich definitiv die positive Diskriminierung, also a la Frauenquote oder irgendwie sowas in die Richtung, dass man zwar scheinbar nicht die Stelle, die man da anstrebt, mit seinen Leistungen erfüllt, aber weil eben diese Firma zum Beispiel eine Frauenquote benötigt, werden die Leistungswünsche herabgesetzt und darum geht es. Ist es gerecht? Wie ist es gerecht? Wie fühlen sich die einzelnen Parteien dabei? Und ähnlichem. Superspannendes Thema. Also ist ja auch sehr heiß diskutiert, zum Beispiel Frauenquote, es soll jetzt auch noch andere Quoten geben. Da kann man, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Ich werde das hier nicht tun und meine Meinung kundtun, aber eben diese Betrachtungsweise, was dafür, was dagegen, was dazwischen irgendwie steht, großartig. Also wirklich, wer sich mal mit so einem Thema beschäftigen möchte, der hat hier wirklich eine gute Anlaufstelle und das Buch, was von ihm eben auch genannt ist, beziehungsweise zu dem Thema Geld, was man nicht kaufen kann, ist definitiv auf der Wunschliste gelandet, weil ich das auch super, super spannend finde. Kann ich wirklich empfehlen. Wenn es einem in dem Beispiel mal ein bisschen zu lange dauert, dann muss man da, glaube ich, einfach mal drüber und dann nimmt man das mit und es regt, glaube ich, wirklich sehr viel an, wenn man einfach mal an so einem Thema auch länger dran bleibt. Das E-Book der Woche ist dann der Wahl und das Ende der Welt von John Iron Monger. Von diesem Buch haben besonders im letzten Jahr super viele gesprochen und auch geschwärmt. Beim letzten Kings Jana Hangout hat die liebe Paddy mir unter anderem dieses Buch herausgesucht aus meinem Sub und es ist es dann eben auch geworden und ich dachte mir, ja, jetzt wird es einfach mal Zeit dazu zu greifen. Und ich habe mir dieses Buch, als dann klar wurde, dass ich zum Hörbuch der Anschlag greife, habe ich mir dieses Buch in sieben Teile geteilt, habe es für mich selbst, motivierend sozusagen, eingeteilt und wusste immer, wenn ich damit durch bin, dann kann ich zum Anschlag greifen. Klingt total gemein, hat das Buch auch eigentlich gar nicht verdient, aber ich dachte, vielleicht ist das auch mal ein Tipp für Leute, die sich so ein bisschen zum Lesen, motivieren, zwingen, wollen, wirklich dieses Wollen, dass man sich das Buch einfach mal einteilt mit 30, 40 Seiten und eben sagt, das lese ich heute und man dann eben merkt, wie man vorankommt, wenn man das Buch nicht nur einteilt, wenn man in gemeinsamer Runde liest, da ist das ja eher so üblich im Body Reads, sondern auch für sich selbst und man dann eben auch selbst ein Gefühl dafür bekommt, ah, jetzt habe ich 50 Seiten lesen, cool, hat eine Stunde gebraucht oder was auch immer und da einfach mal sagt, ja, jetzt habe ich heute mein Leseprensum erreicht und sich wirklich mal ein Buch einfach vornimmt, ich finde das auch bei Wälzern tatsächlich als guten Tipp und sagt, ich möchte das vielleicht über zwei, drei Wochen lesen und dann eben überlegt, wie viele Seiten wären das am Tag und ja, da einfach den Fortschritt dann jeden Tag mehr merkt, also ja, das so als kleiner Tipp. Das Buch war in aller Munde, der Autor selbst kommt aus Cornwall, ist dann irgendwann mit seiner Familie nach Nairobi, Kenia ausgewandert, das fand ich super spannend, weil da war ich auch schon und ich habe sowohl Kenia als auch Nairobi in ganz wunderbarer Erinnerung, wenn ich auch an die merkwürdigen Gerüche nach wie vor eher denke und besonders an die Verbrennungen von Müll auf jeder Straße, das war wirklich irre, aber ja, er hat in Zoologie promoviert und wohnt jetzt irgendwie auch an der kleinen Küste Englands und ja, ist viel bereist und hat sich da so ein bisschen auch mit diesen Themen und eben auch mit der Zoologie, also mit Tieren beschäftigt. Die Geschichte beginnt mit dem Finden eines jungen Mannes am Strand. Die ganze Dorfgemeinschaft hilft hier, den Mann zu retten, bringt ihn zum Arzt, er wird beatmet, kommt dann zu sich, kann sich aber nicht an so viel mehr erinnern, doch irgendwann kommen diese Erinnerungen zurück und schon bei dem, ja, bei der Aufgabe, den Mann zu retten, lernen wir die Dorfbewohner sehr gut kennen, wir lernen diese Gemeinschaft kennen und ja, als es ihm dann im Grunde besser geht und er dann eben an den Strand geht, um sich auch irgendwie zu erinnern, findet er einen Wal, der gestrandet ist und hier wird dann eben nochmal ein Hilfeakt ausgerufen, alle müssen an den Strand, alle müssen diesem Wal helfen und man merkt recht schnell, wie das Dorf agiert, wie das Miteinander funktioniert, wie auch er als Fremder aufgenommen wird und wir haben hier wirklich so diese Betrachtung, diesen Fokus auf dieses Dorf, auf dieses kleine Städtchen und wie das Miteinander funktioniert. Der junge Mann, der gerettet wurde, erinnert sich nach und nach an Dinge aus seiner vorhergehenden Zeit, dass er eben aus der City kommt, aus London, dass er dort, ja, spekuliert hat, dass er auch mit einer Maschine als Analytiker unterwegs ist, die Dinge voraus berechnen kann. Das fand ich super spannend, dieses Finanzwesen mal aus dieser Sicht zu sehen, wo man sich wirklich fragt, irre, wie eben auch die andere Seite funktionieren kann. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Zudem merkt er eben doch relativ schnell, dass seine Erinnerungen wiederkommen, was jetzt irgendwie vielleicht auf dieser Welt passiert und wie er sich, aber auch das Dorf, diese Gemeinschaft vielleicht, ja, irgendwie retten, unterstützen kann. Ich glaube, das war jetzt sehr kryptisch, aber ich möchte dazu gar nicht so viel erzählen. Es gibt eine gewisse Parallele zur aktuellen Situation auf unserer Erde, also was die Pandemie betrifft. Deswegen glaube ich schon, dass man das vorher wissen sollte. Für jeden, dem das irgendwie noch zu nah ist, ist das Buch, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat mich von Anfang an berührt, mitgerissen, der Sprachstil war poetisch, er war bedeutend und das merkt man in jedem Satz. Es ist kein Satz zu viel, es ist kein Satz irgendwie so dahingeschrieben, sondern man hat wirklich das Gefühl, ja, hier so die hohe Kunst, sage ich mal, des Schreibens als Leser zu entdecken. Es war mir manchmal zu bedeutend. Also, wenn aus jeder Kleinigkeit etwas Wichtiges wird, dann verliert eben auch irgendwann das Wichtige an Bedeutung, wenn ihr versteht, wie ich meine. Damit hatte ich so gerade im Mittelteil dann so ein bisschen mein Problem, weil es sich dann für mich schon so ein bisschen gezogen hat und ich dachte, ja, jetzt geh doch mal weiter. Also, wir standen so ein Stück auch auf der Stelle, was die Geschichte angeht, nur damit der Autor eben zeigen konnte, was er sprachlich kann. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade und ist so mein Kritikpunkt an der Geschichte. Ich fand es wunderbar kitschig an mancher Stelle, nicht wie in einem Liebesroman oder ähnlichem, sondern einfach, was so die Lebensfreude, den Lebensgeist, diese Hilfsbereitschaft angeht. Das war schon manchmal so ein bisschen drüber, aber das hat mir unglaublich gut gefallen. Also, ich mochte, wie diese Dorfgemeinschaft funktioniert, wie sie mit ihm als Fremden agieren, auch umgekehrt, wie er sich dem Dorf im Grunde zuwendet, wie dieses Miteinander geht und ja, das hat mir unglaublich gut gefallen und das ist wirklich so ein Fokus, wie so auf einen, auf so einen Ameisenhaufen gelegt und dann eben durch diese 300 Leute betrachtet, wo man eben einen gewissen Teil kennenlernt, wie, was, wo, miteinander, das fand ich super spannend. Also diese Analyse der Persönlichkeiten, dieses Miteinander, das hat der Autor für mich wirklich großartig hingebracht. Auch die Parallelen zu unserer jetzigen Zeit fand ich sehr gelungen, obwohl der Autor das ja theoretisch noch nicht wissen konnte, als er das Buch wahrscheinlich 2019 geschrieben hat, fand ich sehr faszinierend, sehr interessant, bin zum einen sehr froh, dass manche Dinge nicht so passiert sind, wie in seinem Buch, zum anderen bin ich froh, dass andere Dinge vielleicht doch passiert sind. Also bin da sehr, ja, je nachdem, ob es gut oder schlecht war. Spannend fand ich tatsächlich diesen Aspekt der Menschlichkeit, dieses Miteinanders und ja, auch wie wir mit der Erde natürlich umgehen und der Wal als Symbol natürlich im Hintergrund, der zu Beginn mal auftaucht und später, das fand ich sehr klug gemacht. Also ich fand das wirklich ein bedeutendes Buch und hätte er sich in der Mitte für meinen Geschmack nicht ein bisschen zu sehr ausgelassen, wäre das wirklich ein Wahnsinns-Highlight geworden, was wirklich sprachlich großes Kino war, das muss man echt sagen. Auch wenn es sehr langsam erzählt ist und ruhig erzählt ist, es ist wirklich so bedeutend und das fand ich mal wieder was ganz anderes und das zu entdecken, hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht und ja, die Leseabschnitte sind auch nur so davon geflogen und es war auch schön für sich selbst, tatsächlich eben dieses Buch so einzuteilen, weil man wusste, ach, morgen darf ich weiterlesen. Also es ist ja immer nur, was man sich selbst suggeriert und das hat, glaube ich, das Buch für mich zum Lesen auch sehr gut getan und ja, kann ich empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Mittelteil ist für mich so ein bisschen Kritik, aber sonst war das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ich kann die Schwärmereien durchaus sehr, sehr gut verstehen und finde es besonders sprachlich, ja, sehr, sehr hervorzuheben. Und dann, ach ja, kommt ein Buch, das mich so, so, so zum Strahlen gebracht hat. Wie es nur wenige Bücher schaffen. Es ist der Anschlag von Stephen King. Ein Highlight, ja, gehört für mich ja zu den Top 3 der Stephen King Bücher und da steht es absolut verdient. und es hat mich hingezogen. Ich habe schon vor 2, 3 Monaten mal gedacht, ach, das Hörbuch könntest du hören und dann hat auch Becky erzählt, dass sie es hört. Dann hat Becky im letzten Hangout so geschwärmt und dann dachte ich, ach Mensch, egal, dass du 80 Bücher auf dem Sub hast, wenn ein Buch nach dir ruft, dann greife dazu. Und ich habe mir das Hörbuch geholt, gesprochen vom grandiosen David Nathan und er ist einfach der Sprechergott. Ich möchte seine Leistung überhaupt nicht herunterspielen. Ich finde Wahnsinn, wie atmosphärisch er spricht, wie die Geschichte mit ihm zum Leben erweckt und ich fand es großartig, von ihm gesprochen. Das Hörbuch hat knapp um die 30, 32 Stunden, sind auch ein bisschen was über 1000 Seiten. Das ist also schon wirklich ein wunderbarer Wälzer. Natürlich kann ich jetzt sagen, mit ein bisschen schnellerer Geschwindigkeit habe ich wahrscheinlich so 16, 18 Stunden gehört und ich habe wirklich in jeder freien Minute gehört. Morgens beim Fertigmachen nichts da Podcast oder Musik, nein, gehört. Mittagspause, wenn nicht irgendwie was anderes wurde gehört. Beim Putzen, im Garten, beim Spazierengehen. Abends bin ich freiwillig sozusagen um 10 Uhr ins Bett und habe drei Stunden Hörbuch gehört und ich konnte es wirklich manchmal nicht weglegen. Ich musste manchmal selbst mir einen Timer stellen und sagen, so Steffi, jetzt Schluss, aus, jetzt musst du schlafen und dann sind aber meine Gedanken da wirklich drum herum gekreist. Also ein Wahnsinnsbuch mit Sorgwirkung, wie ich es liebe, im Leseflow, wenn man einmal drin ist und möchte nicht mehr aufhören. Wirklich der Hammer. Aber um was geht es eigentlich in der Anschlag? Ja, 1000 Seiten natürlich zusammenzufassen wird jetzt ziemlich schwierig. Es ist ein Zeitreiseroman. Ja, Stephen King traut sich an ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte an das Attentat von John F. Kennedy in 1963. Wir lernen Jack Epping kennen, der frisch geschieden ist, mit seiner Katze in einem Haus wohnt. Dort ist er, also nicht im Haus, aber er ist Englischlehrer, glaube ich, war er Englischlehrer? Ich glaube schon. Und ja, es steht kurz vor den Sommerferien, da geht er irgendwie nochmal in die Kneipe, wo er sonst immerhin gerne hingeht und trifft dort den Kneipenbesitzer, der gefühlt wahnsinnig gealtert aussieht, in kürzester Zeit gefühlt todkrank ist und Jack erstmal total sprachlos ist, was ist hier denn los, was ist denn passiert? Ja, ihm wird eröffnet, dass hinter dieser Kneipe, hinter dieser Bar, es ein Portal gibt, was ihn zurück nach 1958 bringt. Und da könnten jetzt bei manchen King-Fans schon alle Alarmglocken aufgehen, was 1958 war. Ja, diese Anspielungen gibt es auf jeden Fall auch und Jack kann das überhaupt nicht glauben und kann sich das nicht vorstellen, sieht es aber definitiv schon in Betracht zu nehmen, weil eben der Kneipenbesitzer so aussieht, wie wenn er tatsächlich irgendwie zehn Jahre gelebt hat, ohne dass hier irgendwie ein Tag vergangen ist. Es vergehen auch nur zwei Minuten, wenn man eben die Vergangenheit reist, eben zu dem, wenn man wieder zurückkommt, was ich total faszinierend fand und großartig überlegt von Stephen King, denn so könnte Zeitreise theoretisch tatsächlich funktionieren. Aber ja, und es ist der Plan, ja, im Grunde Lee Harvey Oswald daran zu hindern, John F. Kennedy zu erschießen, um eben dann die Zukunft, beziehungsweise die Vergangenheit von Amerika und der ganzen Welt zu verändern. Und ja, Jack hat im Grunde, ja, fünf Jahre Zeit, um Lee Harvey Oswald zu treffen, hier Dinge herauszufinden und vielleicht auch noch andere Dinge zu verändern. Denn mit Kleinigkeiten beginnt er und merkt recht schnell, da ist doch irgendwie tatsächlich was dran. Und als Jake dann eben in die Vergangenheit reist, um das Attentat zu verhindern, merkt er recht schnell, dass er, ja, irgendwie ein Leben führt, was nicht seins ist, was aber mehr als zu seinem eigenen wird und was es auch bedeutet, wenn man eben Menschen trifft, denen man eben sonst nicht begegnet wäre. Und ach, ich kriege direkt wieder Dänsehaut, es ist so eine schöne Geschichte. Es hat nichts von Horror, es hat keinen Grusel, es hat Zeitreise, es hat historische Aspekte. Natürlich sind wir in 1958 und haben hier fünf Jahre, die wir in der Vergangenheit leben. Wir treffen an unterschiedliche Orte. Wir sind in Derry, wir sind in Dallas, wir sind unterwegs in den USA. Wir erfahren diesen Zeitgeist. Wir sind natürlich auch an Lee Harvey Oswald dran, lernen da auch einige Dinge, auch über John F. Kennedy, welche Auswirkungen es haben könnte, was eben auch bedeuten könnte, was passieren könnte, wenn man das verhindert, worauf hofft man, auf was kommt man vielleicht nicht und ob es dann Jake tatsächlich irgendwie schafft. Es ist, es hatte wirklich einfach absolute Sogwirkung. Also ich finde, das ist ein King für alle, die mit Horror und Grusel nicht viel anfangen können und wenn man sich diesen Gedanken vorstellen kann, dass es Zeitreise gibt, dann ist das wirklich ein Buch für jeden. Natürlich, ich weiß, 1000 Seiten ist nicht gerade wenig, aber ja, es ist im Grunde auch ein historischer Roman, in dem man eben abtauchen kann und vor allem ist es eine Lebensgeschichte von Jake Epping, der uns hier mitnimmt, der uns in der Ich-Perspektive die Geschichte erzählt, der auch mit uns Lesern immer mal spricht, wir auch recht schnell erfahren, wie es zu diesem Buch kommt, was ihm in den Jahren passiert, was ihm in Derry passiert, was er vermeiden, verhindern möchte, welche Auswirkungen das haben könnte und das ist eben was, was er ja in dieser Zeit, wenn er ist, gar nicht weiß, doch immer wenn er in seine Jetzt-Zeit, also in unsere Zeit, zurückreisen würde, gäbe es einen Restart und alles, was er bis dahin erreicht hat, wäre hinfällig. Also, als Beispiel, wenn er es eben schafft, John F. Kennedy zu retten und reist dann zurück, dann hat er zwar die Zeit jetzt, die passiert ist ohne dieses Attentat, reist er aber wieder zurück, dann müsste er wieder von vorn anfangen. So hätte er eben mehrere Chancen, diese fünf Jahre immer wieder zu leben, da er, ich glaube, zu dem Zeitpunkt Anfang 40 war, sagt er sich selbst, ich habe ja ganz viele Chancen, um das noch auszuprobieren, wenn da fünf Jahre vergehen, also was das Körperliche angeht, das ist wirklich großartig. Wir haben hier dieses Leben von Jake Epping, dass das sich so verändert, wo er selbst recht schnell merkt, dass es zwar irgendwie sein Leben ist, sein neues Leben ist, aber doch irgendwie nicht seins und dass er Gast dann in seiner eigenen Zeit irgendwie wäre und sich eigentlich viel, viel wohler fühlt in der Zeit, in der er ist und was er da erlebt, wie die Menschen sind, wie er sich verändert, wie er sich anpasst, es war einfach großartig. Wir haben natürlich auch passende Thematiken zur Zeitreise, was zum Beispiel der Schmetterlingseffekt ist, also wenn du irgendwas Kleines änderst, dass das eben mit einem Tornado am anderen Ende sich irgendwie auswirkt. Auch das wird häufig in seinen Gedanken, in denen sind wir ja, durchdacht, überlegt, was könnte was für eine Auswirkungen haben. Zudem merkt er auch, dass die Vergangenheit sich wehrt. Sie will nicht verändert werden, denn für sie war alles richtig. Auch das erleben wir in vielen kleinen Passagen und am Ende ist es so schön, in der Kürze, die Kürze erzeugt Süße und es ist auch das perfekte Ende und ich weiß, es ist hier total wirr. Also ich bin einfach geflasht. Ich bin begeistert. Ich, ja, ja, also King, wie ich ihn liebe, wie er wirklich perfekt Zeitreise, Lebensgeschichte, Historie irgendwie zusammenbringt und das große Thema John F. Kennedy betrachtet. Das Buch hat er wohl schon in den 70er Jahren auch geschrieben, erzählt er dann im Nachwort. Dafür war aber dann die Zeit noch nicht reif, denn die Wunde war einfach noch zu groß und das kann ich mir sehr gut vorstellen und es gibt allerhand Verschwörungstheorien, wenn man dann mal das Googlen sozusagen anfängt, die man findet und, ja, großartig, wirklich großartig, ein wahnsinnig großartiger King, ein Hammerbuch und das wäre definitiv eins der wenigen Bücher, die mich auf eine einsame Insel begleiten würden. Nicht nur, weil man da lange was dran hat, sondern weil ich glaube, dass man diese Geschichte auch einfach öfter hören und lesen kann. Ich habe dann spaßeshalber mal geschaut, wann ich Der Anschlag zum ersten Mal gelesen habe und es war tatsächlich gefühlt fast auf den Tag genau vier Jahre. Ich habe es im Juli 2017 gelesen, damals ja in der Lesegruppe, da haben wir verschiedene King-Bücher gelesen und dann habe ich mir auch die Serienverfilmung angeschaut, das werde ich diesmal nicht tun, mir hat die damals nicht sehr gut gefallen. Dementsprechend ignoriere ich die Serie und habe meinen eigenen Check-Apping im Kopf und zu dieser Lebensgeschichte kommt dann ja auch noch so ganz wunderbare Liebesgeschichte und man kann sich gar nicht vorstellen, dass ja im Grunde Stephen King eine Liebesgeschichte schreiben kann, aber die ist so schön, die ist so unschnulzig, die ist so echt und ich bin, ja, ich habe gelacht und ich habe geweint und ich habe noch mehr geweint und ich war wirklich an mancher Stelle so, so gerührt und wenn man dann irgendwie denkt, dass zu viele sagen, Stephen King kann irgendwie nur Horror, nee, 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 großartiges Buch, toll vertonen von David Nathan, hat mir wirklich wahnsinnig großen Spaß gemacht, habe ich super gerne gelauscht und hat mich wirklich mega gut unterhalten und ja, ist eine absolute Empfehlung und keine Seite, keine Minute, ist zu viel. ja, 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 so, nun weiß man auch, warum ich in dieser Woche so wenig geschlafen habe, es lag definitiv auch an diesem Hörbuch. ja, dann neben den Büchern ist dieser Woche ein neuer Funko bei mir eingezogen und ich habe euch den schon mal auf Instagram gezeigt und ich glaube, bei meinen Neuzugängen, ich packe euch, Instagram ist immer unten in der Infobox, es ist Steffi eingezogen, huch, als Funko, also ich selbst sozusagen als kleiner Hobbit, passend zu meinem Samwise Gamgee und ja, also wenn man hier auch mal sieht, der Größenvergleich ist, ist tatsächlich die echte Größe eines Funkos. Ja, ich habe, ja, so Custom Pop Hersteller auf Instagram entdeckt und dachte, Mensch, wie cool wäre das, mich selbst als Hobbit, passend zu meiner Vorliebe fürs Auenland, mich als Steffi Gamgee sozusagen, weil tief im Herzen bin ich ja mit Samwise Gamgee eher mehr als verheiratet. Das klingt sehr merkwürdig, aber so ein bisschen fangirlig, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine und ja, da habe ich jetzt diesen bestellt, bekommen in wunderbarer Absprache über Haare, über das Kleid, über was hält, ja, im Grunde Steffi Gamgee in den Händen und sie hält, ja, den Herrn der Ringe sozusagen in Händen. Also das Buch, was Frodo am Ende Samwise übergibt und wo ja bekannt ist, dass Sam es am Ende seiner Tochter gegeben hat, in dem Fall jetzt halt seiner Frau und ich habe auch, ich habe auch Haare auf den Füßen, also auch wirklich, wie es bei Sam der Fall ist und die Frisur ist eben die, die ich davor sozusagen hatte, aber ich finde die mega und das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mal so aussehe, wieder so aussehe. Dann habe ich natürlich auch Hobbit-Ohren, ein wunderschönes Kleid, was ein bisschen inspiriert ist von Rosi zum Geburtstag von Bilbo und ich finde das so cool, sich selbst, ja, so als Funko zu haben. Natürlich ist jetzt die Fantasie natürlich schon sehr groß, damit jemand anders erkennt, dass das ich bin. Man könnte jetzt mal ein Mensch, welcher weibliche Hobbit hatte denn braune Haare? Darüber ließe sich jetzt streiten, bin halt ich und ich bin so happy. Also beide jetzt im Regal zu haben und ja, es gibt dort theoretisch, es sind diese Funkos, wenn sie so in diesem Custom-Bereich sind, also in diesem personalisierten, eben oft Figuren, die es nicht zu kaufen gibt oder nur anders zu kaufen gibt. Also man kann dann eben auch Figuren, die es durchaus gibt, also man könnte jetzt auch Samwise nehmen, der auf den Baum klettert oder so und das würde dann für einen im Grunde gemacht werden oder eben Buchfiguren, Filmfiguren, die es nicht gibt. Das ist so eigentlich das Angebot und umso freudiger war ich, als es mich selbst sozusagen jetzt gibt als Funko. Ah, großartig. Ja, und ja, neben den Büchern und besonders dem Hörbuch ist diese Woche nicht viel passiert. Es gab keinen Film, es gab keine Serie, es gab Samstagabend, ein bisschen Spendengala, die richtig, richtig toll war und ja, ansonsten hatte ich für nichts anderes Zeit, muss ich echt so sagen. Das Buch hat mich besser unterhalten als so vieles andere. Also Fernsehen gibt es in meiner Welt ja sowieso gefühlt gar nicht mehr. Ja, viel mehr gab es nicht. Ich glaube, die Woche gehe ich das Buch technisch ein bisschen ruhiger an und werde vielleicht auch mal was anderes machen, mal ein bisschen Podcast wieder hören. Ich habe auch ein paar YouTube-Videos auf später Anschauen geschaltet, bin ich zu nichts gekommen, aber ja, das muss so sein. Wenn man mal im Leseflow ist und in dieser Sogwirkung, ich finde, das ist ja das, worauf wir Leser bei jedem Buch warten, dass es ein Buch ist, was uns so einsaugt. Und ja, ach ja. Ja, ich bin jetzt gespannt, was ihr in dieser Woche gelesen habt, ob ihr den Anschlag schon kennt, wie ihr so Custom Funkos findet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Lasst uns da gerne ein bisschen quatschen, auch ob ihr rereadet, also Bücher nochmal lest, die ihr schon kennt und ob es euch da dann gegebenenfalls eben genauso geht wie mir diese Woche, dass ihr es auch gar nicht mehr loslassen könnt. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, würde ich mich sehr, sehr freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.